Willkommen zu einem weiteren Hardware-Lux-Video. Ja, heute geht es nicht um coole Computerkomponenten, sondern heute geht es um ein anderes wichtiges Thema, nämlich um das Thema Datenschutz und insbesondere um diese Cookie-Banner oder wie sie richtig heißen, Content-Management-Plattformen. Die sind jetzt rechtlich ja eigentlich verpflichtend, auf Hardware-Lux entdeckt ihr aber noch keine. Und ja, das hat einen Grund, wir haben einiges optimiert an unserer Webseite und in diesem Video möchte ich euch mal erklären, was diese Cookie-Banner oder diese Content-Management-Plattform eigentlich machen und warum wir ohne auskommen wollen. Ja, heute geht es also um diese Cookie-Banner oder eigentlich nennt man sie besser Content-Management-Tools, denn sie sind alles andere als ein reiner Cookie-Banner, wie man es bislang kannte, dass die irgendwo unten an der Webseite einfach nur mit dem OK-Button tatsächlich wegzuklicken waren. Aber so sieht eine Implementierung bei uns aus. Wir haben uns da seit März mit beschäftigt, verschiedenste Software tatsächlich auch mal eingesetzt und versucht damit rumzuspielen und die bestmögliche Lösung eigentlich für unsere Leser zu finden. Und wir sind dann schnell auf die Idee gekommen, dass wir auch einen anderen Weg mal in Betracht ziehen wollen. Ja, warum sind die so wichtig? Schauen wir mal auf die rechtliche Einordnung. Und zwar gibt es eine Privacy-Richtlinie der EU, die ist ja mittlerweile auch in Kraft getreten und wurde nochmal konkretisiert von dem BGH letztes Jahr. Da gibt es so eine Art, nennt sich Opt-in-Urteil und das betrifft natürlich alle diese kleinen Cookie-Banners. Das war im Endeffekt ja für uns relativ einfach, einfach hinzuschreiben, diese Webseite verwendet Cookies und wenn du damit nicht einverstanden bist, kannst du ja auch in unsere Datenschutzerklärung mal gucken und klicke hier, wenn du da auf unsere Webseite gehen willst. Das ist ein bisschen einfach gemacht, weil im Hintergrund natürlich Sachen ablaufen, die man gar nicht so als Besucher der Webseite erkennen kann. Und da einfach in den Datenschutzerklärungen dann darauf hinzuweisen, ist vielleicht hat man sich da das Leben tatsächlich ein bisschen einfach gemacht. Denn es gibt natürlich bestimmte Bereiche, wo ja im Endeffekt DSGVO-konform eine Zustimmung notwendig wäre. Zum Beispiel, ein Beispiel, ihr habt im Sommer vielleicht nach einem neuen Grill gesucht und habt den aber dann doch nicht gekauft, weil ihr euch gesagt habt, okay, Saison ist schon fast rum und jetzt haben wir November mittlerweile und ihr kriegt immer noch diese Grillwerbung auf bestimmten Webseiten angezeigt, die aber vielleicht gar nichts mit dem Thema Grillen zu tun haben. Das heißt, ihr habt in dem Shop oder auf der Webseite vom Hersteller oder wo ihr euch da auch immer informiert habt, ein Cookie eingefangen, wo ein Werbekunde euch identifizieren kann, als der es interessiert an einem Grill. Und dann, wenn ihr auf Hardware-Lux kommen würdet oder auf anderen Webseiten, die halt programmatisches Werben sozusagen erlauben, dann würde innerhalb von Millisekunden jemand euch sozusagen identifizieren, die Grillwerbung anzeigen und ja, dann hättet ihr plötzlich auf Hardware-Lux Werbung für Grills zum Beispiel. Also personalisierte Werbung. Aber natürlich auch alle anderen Arten der Besucherverfolgung, des Trackings und so weiter sind natürlich problematisch. Wenn ich zum Beispiel wissen will, wo kommen die Leser her, wo gehen die hin, wenn ich gucken will, vielleicht, dass ich euch wieder erkenne, wenn ihr wieder auf die Webseite kommt und so weiter und so fort, dann sind das eigentlich Sachen, wo ich vorher die Zustimmung brauche von euch. Und das betrifft bestimmte Tools, die haben auch wir gerne eingesetzt, auch viele andere Webseiten. Google Analytics ist ja für Webseitenbesuche quasi so der Standard. Lässt sich natürlich auch datenschutzkonform einsetzen. Das heißt, es gibt Tools, die kann man konfigurieren in einer Art und Weise, dass sie erlaubt sind oder halt auch nicht. Und es gibt natürlich auch Werbung, die lässt sich ausspielen ohne euren Content, ohne eure Zustimmung. Und es gibt Werbung, die lässt sich ohne eure Zustimmung halt nicht nutzen. Das gleiche ist für Social Media Plugins. Natürlich auch gerade, weil ihr da eingeloggt seid, ist es natürlich möglich, dass diese Webseiten dann irgendwie erkennen, dass ihr auf unserer Webseite wart. Und dann im Endeffekt umgekehrt euch vielleicht Werbung anzeigen auf Facebook oder auf Instagram, die was mit IT zu tun haben. So geht es natürlich auch. Ja, und deshalb hat der BGH auch gesagt, okay, da muss was geändert werden. Diese einfache Zustimmung geht nicht mehr, sondern man muss halt im Vorfeld so eine Art Zustimmung abfragen auf der Webseite. Und dann kann es erst losgehen mit dem Lesen der Webseite. Ja, und das möchte ich euch mal anhand von zwei Beispielen zeigen. Ich mache jetzt einfach mal einen Incognitive Browser auf und gehe auf zwei Nachrichten-Webseiten, Spiegel Online und Focus habe ich mir daraus gesucht und zeige euch mal die beiden Implementierungen. Ja, jetzt habe ich mal Spiegel Online auf. Das ist das Erste, was man sieht. Das heißt, bevor ich auf die Webseite gehen kann, muss so ein Tool erscheinen. Und es darf auch noch keine Werbung, kein Tracking und so weiter in dem Moment stattfinden, sondern erst, wenn ich hier auf Akzeptieren geklickt habe. Und ja, ich habe jetzt beim Spiegel die Variante, dass ich das Pur-Abo abschließe. Das ist ohne Tracking. Und ich kann halt umgekehrt mit Werbung lesen und mit Tracking natürlich und kann den linken Button im Endeffekt drücken. Und ja, das Privacy Center hier bietet natürlich keine Option an, sondern ich habe wirklich nur die beiden Möglichkeiten. Aber ich kann zumindest gucken, was Spiegel Online denn von mir haben möchte. Zum Beispiel Informationen auf einem Gerät speichern oder abrufen. Das ist der Cookie. Der soll auf eurem Gerät gespeichert werden oder natürlich abgerufen werden. Und dann personalisierte Anzeigen, Inhalte, euch anzeigen und so weiter. Google Werbepartner, Ad-Technology und so weiter. Das sind natürlich alles Werbesachen. Und natürlich auch funktionelle Sachen. Das heißt, ja, Anzeigen und Inhalte technisch bereitstellen. Denn vielleicht hat man da noch irgendwelche Style-Switches und so weiter und so fort. Ja, und ich habe halt nur die Möglichkeit, hier auf Akzeptieren zu klicken. Und dann merkt sich das Tool meine Einstellung. Und im Endeffekt habe ich dann, ja, Werbung und Tracking, so wie ich es haben möchte. Oder im Endeffekt, ja, ich mache Spiegel pur, habe dann das Tracking nicht. Und wenn ich das nächste Mal auf die Webseite komme, hat sich ein Cookie sozusagen diese Voreinstellung gemerkt. Und ich brauche das dann kein zweites Mal machen. Wenn ich zum Fokus gehe, als anderes Beispiel, habe ich im Endeffekt genau das Gleiche. Also auch erst mal ein Constant Management Tool. Aber beim Fokus ist es so, die haben kein Premium-Modell. Das heißt, sie bieten im Endeffekt an, ich kann hier akzeptieren oder ich kann die Einstellungen mir angucken. Was machen wir mal? Und jetzt ist es bei allen Tools so, die müssen erstmal alles opt-outen. Das heißt, erstmal ist es jetzt so, dass hier alles abgeschaltet ist. Aber ich darf natürlich nicht den Fehler machen, auf alles akzeptieren klicken. Dann geht wieder alles an. Sondern ich müsste dann hier auf Auswahl speichern klicken. Das ist natürlich optisch so ein bisschen tricky immer. Ich kann auch hier alle ablehnen, klicken. Das ist dann auch nochmal in klein. Und da hat sich wahrscheinlich irgendwer von den Tools vorher auch genau angeguckt, was die Leute anklicken. Und man könnte jetzt hier natürlich auf alles akzeptieren klicken. Und man wäre da wieder beim Anfang. Also man muss ein bisschen aufpassen. Hier habe ich natürlich auch wieder Informationen von einem Gerät. Speichern oder abrufen. Ich habe wieder auch diese Performance-Messungen. Ich habe wieder programmatische Werbung hier und so weiter und so fort. Und ich kann ja mit euch nochmal über die Anbieterübersicht gehen. Das ist auch bei allen gleich. Das sind theoretisch hier die ganzen Kunden, die es so gibt, die theoretisch in der Lage wären, Werbung auf Fokus zu schalten. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber es gibt da teilweise Listen. Da sind 800 potenzielle Werbekunden tatsächlich auch drin. Und theoretisch wäre über dieses Programmatic Buying es möglich, dass alle diese Leute auf bestimmte Anzeigen auf der Webseite dann halt auch bieten. Und das sind jetzt keine Firmen, die man kennt. Natürlich kennt man zum Beispiel einen Facebook. Aber Yield Love Sports Radar, Adform, The Trade Desk und so weiter und so fort. Da sind halt auch viele Firmen dabei, wo ihr wahrscheinlich noch nie was von gehört habt. Und insofern finde ich diese Implementierung eigentlich für den Leser total intransparent. Das sind alles Anbieter, die über TCF 2.0 Standard theoretisch auf der Webseite Werbung machen könnten. Und dieser TCF 2.0 Standard ist eigentlich eine gute Idee. Man muss sich da vorher registrieren können, um da reinzukommen, um ein bisschen Zertifizierungsprozesse durchlaufen vorher und so weiter. Das ist eigentlich eine gute Sache. Aber so wie das hier gelöst worden ist, habe ich dann auch vor 4, 5 Monaten gesagt, das ist eigentlich nicht zu erklären, dass man das tatsächlich braucht. So, und dann klickt man doch auf alle akzeptieren am Ende, weil ihr ja nicht nur Focus besucht, sondern ihr besucht wahrscheinlich am Tag 50 Webseiten und wollt ihr tatsächlich durch alle Einstellungen euch jeweils durchgehen. Das ist dann die große Frage. Oder wenn man auf Google ist und man sucht dann was und man kommt auf die Webseite, klickt man, weil man es schnell haben will, das Ergebnis dann doch auf alle anklicken und auf alles akzeptieren und dann ist man dann doch wieder am Anfang. Ja, jetzt haben wir euch gezeigt, warum der Cookie Banner aus Lesersicht nervig ist, aber er ist natürlich nicht nur für Leser nervig, sondern er ist auch für Verlage problematisch. Und das liegt natürlich daran, dass sich Verlage hauptsächlich aus Werbung finanzieren. Das ist immer noch so, auch wenn viele Webseiten schon ein Abo-Modell anbieten, ist es so, dass die Werbung immer noch das ist, was die Webseiten refinanziert. Und das ist auch bei Hardware-Looks nichts anderes. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel zum einen die Eigenvermarktung und zum anderen habe ich die Fremdvermarktung. Eigenvermarktung ist eine einfache Geschichte, ist auch weiterhin ohne Content, ohne Probleme möglich. Ich verkaufe direkt Banner an die Werbekunden. Da kommt also eine Webseite und versucht einen Direktvertrag zu machen und dann brauche ich auch keinen Cookie und nichts. Das ist sozusagen die Eigenvermarktung. Und die Fremdvermarktung oder jetzt mittlerweile ist das eigentlich fast gleichzusetzen mit Programmatic Buying, ist die andere Option. Da habe ich ein großes Netzwerk, große Cloud, kann man sich das vorstellen, von allen Werbenetzwerken, Werbeanbietern und so weiter und so fort, Google Ads, was da alles so reingehört. Und ich habe den kleinen Leser auf der anderen Seite, der auf irgendeine Webseite geht. Und in dieser Millisekunde, wo dieser Leser auf die Webseite kommt, wird das übertragen an die große Cloud. Dann bieten, wie die Verrückten, alle möglichen Webseiten auf diese Einblendung von diesem einen Leser. Der eine erkennt vielleicht den Cookie, den er schon mal gesehen hat, auf einer Grill-Webseite. Der weiß also sozusagen, da ist ein potenzieller Kunde für Grills. Und der bietet dann am meisten, weil er dann halt vielleicht das größte Potenzial in dieser Anzeige sieht. Und ja, dann bekommt der Leser am Ende die Grill-Anzeige ausgeliefert. Ist für alle eigentlich eine Win-Win-Win-Option, wenn man das so sagen darf. Der Leser bekommt die Zielgruppen-konforme Werbung. Die Webseite bekommt sozusagen die höchsten Erlös, weil in diesem Bieter-Prozess gewinnt meistens natürlich derjenige, der am meisten zahlt. Und insofern ist das eine sehr effiziente Geschichte. Und der Werbekunde am Ende ist natürlich auch froh, weil er genau den Kunden gefunden hat, der sozusagen für ihn relevant ist. Also eigentlich eine super Geschichte. Deshalb ist das auch am Boomen über die letzten zehn Jahre gewesen. Und das ist sozusagen das, wo auch die meisten Webseiten draufsetzen. Weil das eine ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, die Kunden jeweils immer wieder zu finden und zu sagen, hier macht mal einen Banner und verkauft mal was. Das ist personalintensiv. Und das andere ist ja automatisch. Also im Endeffekt erreiche ich da eine viel größere Reichweite sozusagen an potenziellen Kunden. und muss mich auch nicht beschränken auf IT, sondern es kann dann ja auch auf Hardware-Lux auch die Grillwerbung kommen. Und deshalb hat sich das eigentlich in der Vergangenheit durchgesetzt. Bei Hardware-Lux ist das ein bisschen anders. Wir haben von Anfang an eigentlich unsere Werbung selber verkauft und sind dann hingegangen und haben zusätzlich noch programmatische Werbung auf der Webseite gehabt. Da wir aber schon so viel vorher selber verkauft hatten, war das immer nur ein sehr, sehr kleiner Anteil. Also insofern für uns ist das die Situation ein bisschen anders als für andere Webseiten. Und aus dem Grund setzen jetzt auch so viele Webseiten gerade diese Consent-Management-Tools ein. Denn es ist so, dass die Werbetools, die sozusagen diese Werbung anzeigen, ab einem Zeitpunkt X nur noch mit diesem Consent funktionieren. Da gibt es diese TCF 2.0-Richtlinie, die setzt das genau um. Das heißt, dieses Werbetool sozusagen, was euch die Werbung anzeigt, das fragt vorher ab. Ist dieser Consent gegeben? Wenn ja, zeig programmatische Werbung an. Wenn nein, geh nur noch auf Eigenwerbung. Wenn ich natürlich fast keine Eigenwerbung verkaufe, ist es halt so, dass ich nichts anzeigen kann und dann habe ich im Endeffekt keinen Banner verkauft. Dann entstehen mir natürlich Einnahmeverluste und dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Und genauso habe ich ein Riesenproblem, wenn ich dieses Consent-Management-Tool nicht einsetze, weil dann ist es halt immer so, dass kein Consent gegeben worden ist. Das heißt, es wird immer im Endeffekt die Eigenwerbung nur noch ausgeliefert. Ja, und dann haben wir natürlich ein Problem, wenn ich sozusagen hauptsächlich programmatische Werbung habe, dann ist es so, dass natürlich mehr Einnahmen und Verluste entstehen. Und deshalb setzen jetzt mittlerweile fast alle Hersteller, fast alle Webseiten tatsächlich auch dieses Tool im Endeffekt dann auch um. Ja, und es gibt dabei natürlich dann zwei Varianten. Zum einen habe ich die Variante, es wurde kein Consent gegeben, also muss ich eine Alternative anbieten. Das ist im ersten Fall das Abo-Modell. Das haben wir bei Spiegel gesehen, aber das haben zum Beispiel auch Computerbase und Golem. Die sind ein bisschen im Vorteil, weil im Endeffekt die schon vor ein paar Jahren gesagt haben, ein Abo-Modell bieten wir auch an, hatten das technisch also schon umgesetzt. Und insofern gibt es jetzt diese beiden Optionen da, einmal mit Werbung und Tracking und einmal mit Abo-Modell, aber dann halt ohne Werbung. Wir fallen eher in den zweiten Bereich rein, das heißt in Gesellschaft mit der PCGH, mit Heise Online, mit Chip und vielen anderen oder halt auch mit dem Fokus. Das heißt, wir haben kein Abo-Modell. Wir haben sozusagen dann die Option, hätten die Option, euch einmal eine Consent-konforme Werbung anzuzeigen und wenn ihr den Consent die Zustimmung nicht gebt, dann müssten wir sozusagen nur Eigenanzeigen ausliefern oder Tracking-freie Werbung sozusagen. So, und jetzt habt ihr vielleicht eben schon rausgehört, ja, aber wir haben ja fast nur Tracking-freie Werbung, also Eigenvermarktung. Und wenn man dann mal zurückblickt, dieses Tool nervt euch. Vielleicht machen auch ein paar Leute einfach die Webseite wieder zu, wenn sie so ein Tool sehen, weil sie sagen, ich habe jetzt keine Lust da drauf, ich will mich nicht trecken lassen. Vielleicht ist dann unser Impact, sozusagen so ein Tool einzusetzen, größer als eigentlich der Nutzen ist, dass ich weiter programmatische Werbung nutzen kann. Und aus dem Grund sind wir hingegangen und haben uns natürlich, während wir das Ganze analysiert haben, dann halt mal auch hingestellt haben, versucht einen Weg zu finden, wie man ohne Cookie-Banner tatsächlich zurechtkommen kann. Ja, wenn wir eine Lösung ohne Cookie-Banner anbieten wollen, müssen wir natürlich auf ein paar Sachen verzichten. Das ist klar. Zum Beispiel auf Google Analytics, aber wir haben auch gute Statistiken in unserem CMS sowieso schon uns interessiert und natürlich hauptsächlich, welche Artikel von euch gelesen werden, wie viele Leute sich im Forum rumtreiben und so weiter und so fort, generell auf der Webseite. Das können wir auch ohne Google Analytics, ohne Probleme herausfinden. Und deshalb die weiteren Statistiken, die Google Analytics so alle mitbringen, die nutzen wir eigentlich sowieso nicht. Insofern kann man das auch ganz gut rausstreichen. Bei den programmatischen Anzeigen ist es so, dass wir 95% Eigenanzeigen haben. Das habe ich ja schon gesagt. Nur 5% sind, ja, programmatisch. Das heißt, im Endeffekt, diese 5% müssen wir weglassen. Könnten die natürlich auch weiter ersetzen durch Anzeigen ohne Tracking oder durch Eigenanzeigen. Das ist dann halt die Frage, wie man das am besten macht. Insofern sind die nicht komplett verloren. Und dann haben wir einen kleinen Komfortverlust, weil wir natürlich für alle möglichen Tools, die wir so einsetzen, YouTube, so ein Plugin, wo ein Video angezeigt wird oder Twitter, vielleicht so ein Twitter-Feed, der in den News auftaucht, müssten wir vorher von euch den Content abfragen, dass der auch geladen werden darf, wenn sozusagen im Hintergrund ein Cookie geladen wird von YouTube oder von Twitter. Ja, wie haben wir das gemacht? Wie gesagt, Google Analytics haben wir ersatzlos gestrichen. Bei den Werbeanzeigen haben wir in einem ersten Schritt den Ad Manager so konfiguriert, dass er erstmal nicht personalisierte Anzeigen nur ausliefert. Die Konfiguration existierte schon ein bisschen länger. Was wir noch nicht machen konnten in der Vergangenheit, war auf das Frequency-Capping zu verzichten. Das ist eine Funktion, wo ich in der Anzeige sozusagen markieren kann, okay, das zeigt bitte jedem User nur zweimal an, zum Beispiel bei besonders großen Anzeigen. Dann ist das für euch nicht so nervig. Und nach zwei Anzeigen sozusagen wird dann eine andere Anzeige geschaltet für euch und die großflächige bekommt ein anderer Leser zu sehen. Das ist natürlich eine sehr schöne Funktion, um auch die Effizienz von Anzeigen zu steuern und die müssten wir eigentlich natürlich auch weiter nutzen. Über Google können wir sie nicht nutzen, weil da brauchen wir natürlich den Content für nach Purpose One. Also Google muss einen Cookie bei euch setzen, Store and Access Information on a Device. Und das habt ihr vorhin auch schon bei Focus Online gesehen, diese Funktion. Die hätten wir dann ja nicht, weil wir kein Content Management Tool einsetzen. Und insofern geht das Frequency-Capping nicht über Google. In der Grace Period, also in unserer Übergangsphase geht das jetzt noch, aber wir haben es selber nachgebaut. Das heißt, wir setzen jetzt einen Cookie für dieses Werbefeld sozusagen auf Hardware-Looks. Das zählt dann auch durch und die Funktion ist im Endeffekt die gleiche für euch. Das heißt, wir haben weiterhin eine relativ niedrige Werbebelastung dann für euch und nutzen dieses Frequency-Capping einfach über eigene Funktionen. Ja, und im zweiten Schritt ermöglicht uns Google das Ganze wirklich komplett Cookie und Tracking frei. Das ist eine Lösung, die wir schon vorbereitet haben. Da ist der Code schon auf unserer Webseite für optimiert. Und sobald Google das sozusagen freischaltet, werden wir das auch nutzen. Das ist das Limited-Ads-Feature von Google. Kommt wahrscheinlich am 15.11. oder so auf den Markt. Und das werden wir dann auch automatisch einsetzen. Kann sein, dass sich das nochmal ein bisschen verschiebt. Aber das ist dann sozusagen unsere dauerhafte Lösung für die Anzeigenauslieferung. Social Plugins und weitere Änderungen haben wir natürlich in der Vergangenheit auch schon durchgeführt. Natürlich kennt ihr so Sachen wie Sharif oder Two-Click-For-Privacy. Das hat schon Staub angesetzt sozusagen. Aber wir haben auch in der Vergangenheit schon beim Preisvergleich einiges geändert. Zum Beispiel, wir nutzen über eine API, fragen wir erstmal die Preise ab bei CaseKing, bei Mindfactory und bei GuideSiles. Dann werden die zusammengepackt in unser Widget. Und wenn sie dann euch ausgeliefert werden, kommen die Daten sozusagen direkt von uns. Das heißt, nicht vom Shop selber. Und das ist natürlich sehr schön. Der Shop sieht dann sozusagen gar nicht, dass ihr sozusagen da gerade die Preise aufruft. Das Gleiche haben wir jetzt so ein bisschen umgesetzt bei YouTube und bei den Twitter-Feeds. Da ist jetzt wie gesagt so eine Vorschaltseite dazu. Und da geht es natürlich auch darum, wenn jetzt neue Funktionen hinzukommen auf der Webseite, immer zu prüfen, dass wir so einen Datenschutzhinweis dann im Endeffekt da auch unterbekommen. Sei es, dass wir euch TikTok-Videos zeigen müssen und da jetzt auch ein Video gezeigt werden muss und ein Cookie gesetzt wird. Dann ist es natürlich wichtig, dass es im Endeffekt datenschutzkonform geschieht und dann auch so eine Vorschaltseite davor kommt. Aus berechtigtem Interesse bleiben ein paar Sachen über, für die wir keinen Content von euch brauchen. Also keine Zustimmung. Das ist ja beim berechtigten Interesse ja gerade der Fall. Das betrifft natürlich dann die Eigenwerbung. Dafür brauchen wir keinen Content. Auch Fremdwerbung ohne Tracking wäre möglich. Haben wir aber im Moment eingeklammert. Nutzen wir also im Moment nicht. Und ich hoffe auch, das bleibt dabei. Dazu ganz am Ende noch ein bisschen. Und ja, dann so Kleinigkeiten wie das VG Wortpixel gehören natürlich dazu. Das VG Wortpixel ist das Pixel der Verwertungsgemeinschaft Wort für die Vergütung, für die Redakteure von den Artikeln. Die müssen natürlich irgendwie zählen, wie oft unsere Artikel aufgerufen werden. Das tun sie über einen Zählpixel. Das ist allerdings eh datenschutzrechtlich unproblematisch, weil es sozusagen trackingfrei ist. Also das wäre jetzt auch nicht das Problem. Beim Cloudflare Cookie ist es auch so aus berechtigtem Interesse, dass wir das nutzen dürfen. Das ist ein Cookie, was gesetzt wird für den Schutz vor Angriffen. Und wenn wir sozusagen dann mit DDoS versucht werden, lahmzulegen, dann kommt ihr trotzdem noch auf die Webseite, wenn ihr dieses Cookie habt. Insofern ist das auch unproblematisch. Und dann gibt es natürlich noch die funktionalen Cookies. Das heißt sowas wie die Login-Funktion, dass die Webseite sich merkt, dass ihr sozusagen da wiederkommt. Und der Dark-Mode, New-Switcher-Funktionen zum Merken von Einstellungen von YouTube und Twitter, dass die automatisch abgespielt werden und so weiter. Das sind natürlich alles First-Person-Cookies oder First-Party-Cookies, besser gesagt. Und die werden sowieso von Hardware-Lux ausgesetzt. Das heißt, diese funktionalen Cookies sind unproblematisch. Könnt ihr aber trotzdem in den Datenschutzeinstellungen tatsächlich auch löschen und ändern. Also insofern, wenn ihr da mal irgendwas nicht erlauben wollt, könnt ihr in die Datenschutzeinstellungen gehen und das wieder zurücksetzen. Ja, und dann ein kleines Danke am Ende. Erstmal dafür, dass ihr die ganze Zeit hier zugeguckt habt. Das ist ein sehr trockenes Thema, aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Und auch ein sehr spannendes, weil wir halt diesen Sonderweg gehen. Und ich bin da gespannt auf eure Kommentare. Zum einen mal natürlich hier in den Kommentaren, aber auch auf Hardware-Lux im Forum. Bin ich gespannt, was ihr dazu schreibt. Ich glaube, der Weg ist eigentlich der richtige. In unserem Fall, weil wir halt diese vielen Eigenanzeigen haben, dass wir euch das extra bieten, auch Trekking und Cookie freizubringen. Und da ist es natürlich für uns wichtig, dass wir diese Eigenanzeigen weiterhin ausliefern können. Deshalb eine kleine Bitte an euch. Schaltet euren Adblocker ab. Schaut mal in eure Privacy-Einstellungen, ob es jetzt die Aktivitätenverfolgung ist bei Firefox oder in irgendwelche Skriptblocker, die ihr vielleicht einsetzt. Die sind jetzt eigentlich bei uns nicht mehr notwendig. Das heißt, die könnt ihr schön auf die White-List setzen und wir tracken und haben sowieso keine Third-Party-Cookies mehr da. Und deshalb könnt ihr eigentlich das alles so konfigurieren, dass es auch unsere Werbung anzeigt. Das hilft uns wiederum dann, die Einnahmen zu generieren für die Redaktion, für News, für die Artikel, die wir publizieren und fürs Forum. Natürlich auch für die Videos. Und deshalb ist es wichtig, dass das sozusagen möglichst effizient läuft. Also sprich, ich wäre froh, wenn ihr die Adblocker entsprechend abschalten könntet. Ja, wir gehen auch einen Schritt weiter. Schon jetzt, weil in zwei Jahren, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal irgendwo gelesen habt, ist es sowieso so, dass Third-Party-Cookies aus den Browsern verschwinden sollen. Da muss sich sowieso die Werbeindustrie ein bisschen was Neues überlegen für das programmatische Advertising. Und wir gehen da ja jetzt schon hin, dass wir sagen, okay, Third-Party-Cookies sind nicht mehr erlaubt. Das heißt, im Endeffekt sind wir da schon einen kleinen Schritt weiter. Ja, danke fürs Zuschauen erstmal. Ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird hier erstmal coole IT-Hardware wiederlegen. Wir werden wieder ein cooles Produkt euch zeigen und auch besprechen. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video, und war informativ. Deshalb danke fürs Zuschauen und bis bald.